Nichts kann sich für Allah subhanahu wa ta'ala verbreiten, gar nichts. Allah sieht alles, weiß alles und weiß sogar über das Innere der Menschheit Beschein. Das heißt, wenn du etwas für dich verbirgst, beispielsweise ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind so und so viele Brüder hier, mashallah, wir sitzen ganz nah nebeneinander. Jeder von uns hier hat bestimmte Gedanken in sich drin, die der andere nicht sehen kann, die keiner lesen kann. Keiner kann sie sehen, keiner kann sie hören, weil er sie für sich selber persönlich verbirgt, in sich drin verbirgt, dass keiner sie hört, dass keiner sie sieht. Das ist ein Geheimnis. Wir sind so nah einander und keiner weiß, was der andere denkt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, egal was du für dich behältst, an Gedanken, Ideen, Vorhaben beispielsweise, deine Entschlossenheiten, das kann sich für Allah subhanahu wa ta'ala nie verbergen. Der sogar Allah, jalla fi'ula, weiß, bevor du sie es weißt, Allah weiß Bescheid, was du denken wirst. Allah weiß, wann du diese Idee haben wirst, wann du diese Geheimnisse entblößen wirst, mit wem du darüber reden wirst. Allah weiß, bevor du es selber weißt. Manchmal suchen wir nach jemanden, mit wem wir über unsere Geheimnisse und Probleme reden. Wir wollen nicht, dass die ganze Menschheit das weiß. Allah weiß subhanahu wa ta'ala, wann wir daran denken, wann wir diese Idee haben, wann wir diese Vorhaben haben. Und wann und mit wem wir reden werden und wo, bevor wir es selber wissen. Alle Namen Allah haben Früchte. Alle Namen Allah haben Früchte. Und dieser Name, worüber wir hier sprechen, inshaAllah Rabbil Alemin, heißt Al-Alim, der Allwissende. Der alles weiß. Und dieser Name hat auch Früchte. Die Früchte von diesem Namen ist, dass wir überzeugt werden, dass wir die Gewissheit haben, dass wir beobachtet werden. Dass wir unter ständigen Beobachtung stehen und dass wir nie alleine sind. Egal wann und wo wir uns befinden, wir sind nie allein. Niemals. Und wir haben gerade diese Ayat gehört, dass Allah weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Eine kleine Geschichte, inshaAllah. Der Sinn von dieser Sitzung. Dass wir uns verbessern. Dass wir dieses Gefühl haben, dass wir beobachtet werden. Dass Allah uns sieht. Weil leider viele Muslimen, viele, viele Muslimen, wenn sie unter Brüdern sind. Und wenn Schwestern untereinander sind, wir sind alle Frau, mashaAllah. Wir sind alle tugendhaft. Wir lesen den Koran. Wir rezitieren diesen Koran. Wir weinen bei dieser Rezitation des Koran, mashaAllah. Wenn der Imam liest, wir weinen. Wir sind demütig, alhamdulillah. Wir zeigen Demut, Hingabe, mashaAllah, Konzentration beim Gebet. Und wenn wir mit Brüdern oder Schwestern zusammen unterwegs sind, subhanallah, auf der Straße. Keiner guckt nach oben. Jeder guckt nach unten, mashaAllah. Jeder senkt seine Blicke. Jeder hält seine Blicke zurück, alhamdulillah. Aber ist das so, wenn wir alleine sind? Ist das so, wenn wir alleine sind? Ist das so, wenn du alleine zu Hause bist und keiner da ist? Und du schließt die Türen mit Schlüssel, alhamdulillah, damit keiner reinkommt. Und du schließt deine Zimmer ganz allein, du machst deinen Fernseher. Und wenn da eine halbnackte Frau erscheint, oder diese Frau, die Moderatorin, erscheint, oder irgendeine Kafirer erscheint im Fernseher, alhamdulillah, oder eine ungehorsame Frau, oder eine Sängerin, bei diesen Topstars, oder wie die alle heißen, alhamdulillah, guckst du weg? Machst du das gleiche, wie wenn du mit Brüdern zusammen bist? Warum machst du das, wenn du mit Brüdern zusammen bist? Warum machen das die Schwestern, wenn wir zusammen sind? Und warum macht man das nicht, wenn wir alleine sind? Denn das Problem, wir werden uns von den Menschen beobachtet. Wir haben mehr Angst vor dieser Menschheit. Wir haben Angst vor Brüdern, wir haben Angst vor Schwestern. Wir schämen uns vor Brüdern und Schwestern, dass wir sowas vor denen machen. Aber subhanallahe al-azim, Jalla fi'ulah, er beobachtet uns jederzeit. Er sieht uns jederzeit, jede Minute, jede Sekunde, während wir schlafen. Er schläft nicht, während wir müde werden, er wird nicht müde, subhanahu wa ta'ala. Nichts entgeht Allah von unseren Faten, von unseren Gedanken, Jalla fi'ulah. Trotzdem machen wir das. Wir begehen diese Sünde. Wir gucken trotzdem, wa'udu billah. Das heißt, diese Menschen sind uns lieber und wertvoller als Allah, subhanahu wa ta'ala. Und weil diese Menschen uns sehen, ist wichtig, ich muss drauf achten, sonst sagen, das Schlechtes über mich. Aber dass Allah von dir schlecht denkt, subhanahu wa ta'ala, weil du schlecht bist, schämst du dich nicht? Das ist dir egal, dass Allah die sieht. Es ist dir egal. Warum? Weil dieses Gefühl der Beobachtung, das wir beobachtet sind, ist schwach in unserem Herzen. Und das sind die Früchte von diesem Namen Allah, der Allwissende, subhanahu wa ta'ala, oder der Allsehende, oder der Allhörende, dass der Muslim denkt und weiß mit Überzeugung, Gewissheit, ich werde beobachtet. Allah hat meine Worte zu. Allah sieht meine Taten. Allah sieht das Innere in mir. Ich kann mich bei Allah nicht verbergen. Wie ein wüsten Araber trifft, subhanahu wa ta'ala, eine schöne Frau in der Wüste. Sie waren unterwegs in einer Karawana. Dieser Mann, er ist verliebt in dieser Frau. Als die Leute eingeschlafen sind, geht er zu dieser Frau hin und sagt, hörst du, ich möchte mit dir A'udu billa unzog begehen. Du hast mir gefallen. Die Frau ist aber fromm und tugendhaft. Das sind von diesen Namen, dass wir genauso denken wie diese Frau. Diese Frau fürchtet Allah und fürchtet nicht die Menschen. Und sie fühlt sich beobachtet von Allah, aber nicht von den Menschen. Ihr ist es wichtig, dass Allah zufrieden ist. Dass Allah nicht sauer auf sie ist. Dass sie das Wohlgefallen Allah gewinnt. Nicht das Wohlgefallen der Menschen. Denn jaum al-Qiyama, jede Tat, die du tust wegen den Menschen. Jaum al-Qiyama sagt, geh zu denen und verlangen von denen, die belohnen. Denn du hast es nicht für mich getan. Und niemand, jaum al-Qiyama, kann belohnen und verteilen außer Allah. Das ist das Einzige, was dir überschreibt, ist Jahannam. Das hell und feide wir mir atragen können. Möge Allah uns verhalten. Diese Frau sagte diesem Mann, geh und guck dich erstmal um. Sind die Leute alle am schlafen? Werden wir vielleicht von irgendjemandem beobachtet? Und natürlich, er ist blind geworden, a'udhu billah, weil sie seine Begehrt und seine Gelüste haben umgeblendet. Keine Einsicht mehr. Sein Herz ist blind. Sein Herz ist tot. Das Einzige, was er vorhat, ist dieser kurze Genuss, der ihn vielleicht ewig in Jahannam bringen wird. Denn sogar durch diese Tafi er verrichten wird, a'udhu billah, in diesem Moment, während er Unzucht begeht, Allah entzieht sein Iman von seinem Herz. Denn der Mu'min, la'ezni al-mu'minu wa huwa mu'min, denn der Mu'min wird kein Sinner begehen, während er gläubig ist. Was heißt das? In dem Moment entzieht Allah dieser Iman von seinem Herz. Der Glauben wird entzogen vom Herz und bleibt hängen in der Luft, bis er fertig ist. Und dann kehrt dieser Glaube zurück, aber der ist geschwächt. Und jedes Mal, bei jeder Sünde ist es so, Alkohol trinken, Sinner, a'udhu billah, ad-klauen, alles möglich. Jedes Mal begehst du solche Taten, entzieht Allah dir den Iman von deinem Herzen. Aber er kehrt immer schwächer zurück, bis du irgendwann mal kein Iman machst. Und die Frau sagt, wir gucken. Denn der Mann geht hin, schnell. Er beeinfelt sich, MashaAllah. Guckt rechts, links, alle am Schlafen. Ist ein glückliches Moment für ihn. Ein glücklicher Moment für ihn. Kehrt zurück, fröhlich, alle sind am Schlafen. Habt keine Sorge. Und dann die Frau sagt, sicher, ja. Dann sagt er, er sagt, dass die Einzigen, die uns beobachten, sind die Sterne. Dann achtet er auf eine Antwort von einer Frau, die Allah verschafft. Die weiß, dass sie nie alleine ist. Die sagt aber, was ist mit dem, der die Sterne und Planeten erschaffen hat? Was ist mit dem, hat sie gesagt. Beobachtet er uns. Der Mann beginnt an zu zittern. Beginnt zu zittern. In einer Version dieser Geschichte hat gesagt, Subhan, du fürchtest Allah und ich nicht. Dann ist der Wein im Zuge. Das ist eine Salihah. Ein Muminat, die Allah führt. Alle sind am Schlafen. Und sie weigert sich, diese Unzug zu bringen. Warum? Weil sie hat ihm gesagt, da ist jemand, der uns beobachtet. Alam ta'alam bi anna allaha yara. Alam ta'alam bi anna allaha yara. Weißt du nicht? Weißt du denn nicht, dass Allah sieht? Allah weiß über alles Bescheid. Nichts kann sich für Allah, Subhan, wa ta'ala, fadda. Eine andere Geschichte, zusammenfassung von dieser Geschichte ist so, dass in der Zeit von Sayyidina Umar, eine Mutter und ihre Tochter zu Hause waren nachts im Dunkeln. Und Sayyidina Umar ist gewohnt, dass er nachts rausgeht und beobachtet die Lage der Muslimin. Das ist ein Führer. Das ist ein Amir. Das ist einer, der die Verantwortung begreift, was bedeutet, Verantwortung über diese Umar zu haben. Er denkt nicht an sich selbst. Während die Umar im Verhungert ist, während die Umar kein Geld mehr hat, während die Umar kein Wasser hat zum Trinken, Subhanallah, während sie Alkohol trinken und Wein und verschiedene Sekt, Sekt-Sorten, A'udhu Billah, und Whisky trinken. Die Umar, in dieser Umar gibt es Menschen, Allah, die trinken dreckiges Wasser. So, dass sie von Malaria, A'udhu Billah, betroffen sind. Und sterben tagtäglich. Aber Sayyidina Umar, seine einzige Sorge, war die Umar. Die Bevölkerung, er geht nachts immer raus und beobachtet die Umar. Bis er eines Tages, Subhanallah, in einem Fenster stand, wo die Mutter sagt, sie rührt gerade diese Milch, sie verkaufen Milch. Sie rührt diese Milch, Subhanallah, und die Mutter sagt zu der Tochter, tu doch ein bisschen Wasser rein. Misch diese Milch mit Wasser, damit es mehr ist, dann haben wir mehr gewinnen. Betrug. Wenn das mit ihm sagt, was ist mit dann mit Umar, Radiyallahu Anh, was sollen wir den Amir und Mu'minin sagen? Die Frau sagt, Umar ist sowieso nicht da. Der Umar sowieso sieht uns nicht. Wenn das mit ihm sagt, was ist dann mit Rabbi Umar? Was ist dann mit dem Haar von Umar? Er schrift nicht. Das ist ein tugendhaftes Miet. Was ist mit dem Haar von Umar? Das Mädchen fühlt sich beobachtet von wem, nicht von Umar. Sie fürchtet nicht Umar ibn Khattabi, Radiyallahu Anh, wulahat es, Radiyallahu Anh, wo Allah. Nein, sie fürchtet Allah, der Umar Ashaf. Umar kann sein, der schläft. Umar wird müde, Radiyallahu Anh. Umar schläft manchmal, Radiyallahu Anh, aber Allah nicht. Allah nicht. Das ist eine tugendhafte Frau. In unserer Zeit ist es passiert, ein Scheech, möge Allah ihn bewahren in dieser Zeit. Dieser Scheech, Subhanallah, ist ein Lehrer in einer Schule. Er lehrt auch manchmal den Islam. Nicht nur den Islam, er hat nur die Titel vom Islam oder die Worte allein, sondern er versucht, die Eigenschaften, diese Taqwa und Gottesfeuchtigkeit von diesen Kindern zu prüfen. Er hat von jedem dieser Kinder etwas gegeben. In einer Version, die sich jetzt einen Apfel hat er gegeben. Und er hat gesagt, geht und jeder soll sich einen Platz aussuchen, wo er diese Apfel essen kann, wo keiner ihn sieht. Alle sind gegangen, außer ein kleiner Junge namens Ahmed. Alle sind gegangen, alle haben sich versteckt, alle kamen ohne Apfel zurück, außer einem einzigen Jungen. Diese Fitra und die Erziehung der Eltern ist sehr, sehr wichtig im Islam. Wenn wir uns nicht beobachtet fühlen von Allah, dann können es unsere Kinder auch nicht sein. Wenn wir Angst haben vor Polizei, vor Menschen, dann werden unsere Kinder vor Polizei und Menschen Angst haben. Aber wenn wir Angst haben vor Allah und wir fühlen uns beobachtet von Allah, wir werden gesehen von Allah und wir wissen, Allah weiß über uns Bescheid, subhanahu wa ta'ala, dann das übertragen wir an unsere Kinder weiter, bei Ibn Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir sind die Schule zu Hause, die Ummah, wir, die Mutter und Vater sind die Schule zu Hause. Diese Überzeugung, die wir haben, geben wir an unsere Kinder weiter. Nur ein einziger Junge kommt mit einem Apfel zurück. Dann der Schiech sagt zu ihm, was ist mit dir los? Warum hast du diese Apfel nicht gegessen? Warum hast du dich nicht versteckt? Sagt, du hast uns, dieser kleine Junge sagt, Schiech, du hast uns gesagt, wir sollen uns da verstecken, wo keiner uns sieht. Ich habe gesucht nach einem Ort, wo ich mich verstecken kann vor Allah. Aber ich habe keinen Ort gefunden, wo Allah mich nicht sieht, also ich habe es nicht gegessen. Denn es gibt keinen Platz auf dieser Erde, wo du dich verstecken kannst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Dieser kleine Junge lädt uns den wahren Iman. Die wahre Überzeugung, wahre Aqida, wie man haben muss. Dass Allah mich überall sieht, nicht jeder weiß es leider. Manche machen Schirr, begehen Schirr während einer Sünde, der macht Licht aus und alles, während der Umzucht beginnt, damit keiner ihn sieht. Manche Leute versuchen nach einem Ort sich zu verstecken vor den Menschen. Aber kannst du dich vor Allah verstecken? Kann dieser Versteck dich vor Allah verstecken? Wallahi niemals. Wallahi niemals, wie diese kleine, subhanallah, arme, aber diese kleine Wurm und der Käfer, der bei diesem Steinbrach und Musa, alaihi salam. Seine Worte sind klar, subhanalladhi yarani, wa yasma'u kalami, wa yarzuqni, wa la yansani. Die Prise sei Allah, der mich sieht und weiß, wo ich mich befinde. Und hat meine Worte und versorgt mich und vergisst mich nicht, subhanallah. Denn niemand kann sich vor Allah verstecken. Ibrahim ibn al-Adham, Ibrahim ibn al-Adham, Sayyid al-Zahidin. Ein sehr enthaltsamer Tabi, ein sehr vertrauenswürdiger Tabi. Dieser Mann geht eines Tages irgendwo und die Menschen, wenn sie ihn sehen, gehen immer auf diesen Mann zu. Und sie fragen, stellen viele Fragen über den Islam, über Eigenschaften im Islam. Und hat viele, viele schöne Geschichten, wie dieser Mann, subhanallah. Und sehr schöne Worte, die uns ermahnen, die uns erinnern, die uns lehren, was bedeutet Islam. Eines Tages traf er einen auf einen jungen Mann. Dieser junge Mann, subhanallah, er hat versucht, sein Nasch zu besiegen. Das heißt, die Sünden, a'udhu billah, sind viele geworden. Die werden immer häufiger, bis er eines Tages verzweifelt hat. Denn Sünden, liebe Brüder und Schwestern, Sünden, a'udhu billah, wallahi al-adhim, das sind der wahre Grund für die Unglückseligkeit dieser Menschheit. Der Grund für den Unglück dieser Menschheit heute und damals, für die Zerstörung der Völker damals und heute, das ist die Ungehorsamkeit. Warum viele Muslimin und viele andere Kuffar sind depressiv, a'udhu billah, ängstlich? Der Grund dafür ist die Ungehorsamkeit. Der Grund für die Zerstörung, was wir heute sehen, a'udhu billah, Erdbeben, Erdrutschen, a'udhu billah. Das Meer geht auf die Menschheit los, a'udhu billah, das ist vom Befehl von Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Befehl von Allah. Das ist die Armee von Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn alles hier unter folgt, das Befehl von Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn Sängerinnen erscheinen in dieser Welt, Allah wird Krankheiten dieser Menschheit auf diese Völker schicken, die nicht zuvor in anderen Völkern waren. Warum? Die Sünde, a'udhu billah. Und subhanahu wa ta'ala. Dieser Mann geht zu Ibrahim, mit Adham. Es gibt verschiedene Ärzte dieser Welt. Eins für Knochen, eins für Sportmediziner, eine, keine Ahnung, innere Medizin, verschiedenes. Es gibt Chirurgie und keine Ahnung, was alles gibt. Aber subhanahu wa ta'ala, es gibt wenige Ärzte, die die Herzen der Menschheit behandeln. Wir reden nicht von diesem Knumpf und Fleisch, einfach diese Blut, diese Blutgefäße und diese Atem drin. Nein, nein, nein. Wir reden über die seelische Seite vom Herz. Und das ist das Wichtigste. Und dafür brauchen wir auch Ärzte, die uns behandeln, Medizin verteilen. Dieser Ibrahim war einer von denen. Und dann dieser Mann kommt verzweifelt. Ja, Sheikh, ja, Ibrahim und Adham, hilf mir. Der Mann sagt, was ist denn los mit ihm? Er sagt, ich bin verzweifelt. Ich möchte zurückkehren zu Allah. Ich schaffe es nicht. Ich habe viele Sünden getan. Dann Ibrahim und Adham sagt, ich werde dir fünf Sachen sagen. Wenn du sie nicht folgst, dann kann ich sie nicht helfen. Das Erste sagt, sagt er zu ihm, du sollst nicht mehr von Allahs Versorgung essen. Du sollst nicht mehr von Allahs Versorgung leben. Das ist das, was ich sage, dass ich nicht mehr von Allahs versorgte. Versorgung und das, was euch versprochen wurde, denn Allah ist der Versorger, sagt, von was soll ich denn sonst leben? Dann sagt er, gib mir bitte die Zwei, Rahimakallah, bitte weiter. Dann sagt er, wenn du eine Sünde begehst, und das ist unser Thema. Dann sagt er, guck auf der ganzen Erde, verreich sie über alle hin, und suche einen Ort zu finden, wo du dich verstecken kannst vor Allah, um die Sünde zu begehen. Dann sagt er, nichts kann sich vor Allah verstecken oder verbergen, im Himmel oder auf der Erde, oder in dieser Erde. Wo soll ich denn sonst hingehen? Es gibt keinen Ort, wo Allah mich nicht sieht. Dann sagt Ibrahim, sag, gefällt dir, subhanallah, dass du von seiner Versorgung lebst, aber ihm nicht gehorcht? Gefällt es dir, dass du auf seiner Erde lebst, auf seinem Königreich lebst? Und trotzdem, du bist ungehorsam? Dann Ibrahim sagt Adam, rahimahallah, sagt er zu ihm, wenn du eine Sünde begehen willst, dann geh raus aus dem Königreich, Allah, subhanallah, geh raus, such dir einen Ort, was Allah nicht gehört. Dann dieser Mann sagt, subhanallah, walillahi mulkus samawati wa Allah, walillahi mulkus samawati wa Allah. Allah besitzt, subhanahu wa ta'ala, diese Himmel und Allah. Alles gehört Allah. Die Himmel und Erden gehören Allah. Der ist der Schaffer, subhanahu wa ta'ala, der ist der Besitzer. Wo soll ich sonst hin? Es gibt keinen Ort. Der gehört nicht Allah, subhanahu wa ta'ala. Sag dann die Verte bitte. Sag, wenn der Engel des Todes kommt und die Seele nimmt, halt ihn ab. Sagen halt so, geh weg, wenn du siehst, dass ich Tauber gemacht habe, dass ich räumlich zurückgegangen bin, erst komm wieder. Sagt der Engel des Todes, er fragt mich. Er kommt, erfüllt seine Aufgabe und geht, ohne Tiefahr. Und er sagt, okay, die Fünfte bitte, rahimahallah. Sagt, die Fünfte ist, wenn du Jau mal Qiyama kommst. Vor Allah, subhanahu wa ta'ala, sabaniyatuh jahannam. Die Wächter von Jahannam kommen und die packen dich. Und die wollen dich ins Wellenfeuer werfen, sollst dich weigern. Sagt, nein, ich gehe nicht mit. Dann sagt er, subhanallah, diese Malaika sind so stark. Ich kann mich nicht dagegen. Ich kann nicht dagegen halten, ich kann nicht kämpfen. Weil einer von denen, dieser Wächter von Jahannam, von Schulter zu Schulter, ist eine Breite von einem Jahr. Wie willst du das schaffen? Denn der Mann begleitete viele Jahre Ibrahim und Adam und hat Rehe gesagt. Aber einer dieser wichtigen Themen ist, hat gesagt, such dir einen Ort, wo Allah dich nicht sieht. Wo du dich vor Allah verstecken kannst. Aber der Mann hat zugegeben, obwohl er ungehorsam ist. Es gibt keinen Ort. Das ist die richtige Akhide. Es gibt keinen Ort, wo Allah mich nicht sieht, subhanahu wa ta'ala. Allah sieht alles. Und das ist der Sinn von dieser Sitzung, dass wir versuchen, wie Ibnillah, wenn wir alleine sind, versuchen, bessere Diener zu sein. Versuchen, die gleichen Diener zu sein, die, wenn sie unter Brüdern oder Schwestern untereinander sind, beispielsweise, unter der Oma sind, die gleichen, die Frommen, die sind vor den Brüdern, genauso fromm zu Hause sind. Genauso tugendhaft, wenn sie alleine sind. Sie weinen genauso zu Hause, wenn sie weinen, wenn sie in der Moschee sind. Sie senken die Blicke vor dem, was Allah, subhanahu wa ta'ala, verboten hat. Wenn sie alleine sind, genauso, wenn sie mit Brüdern oder Schwestern unterwegs sind. Denn Allah kennt, sieht deine Augen, die sich bewegen. Denn deine Augen bewegen sich mit dem Wissen Allah, mit dem Befehl Allah, mit dem Willen Allah. Bevor du zwingst mit den Augen, Allah weiß Bescheid. Allah kennt die Anzahl von deinen Augen, Wimpern. Und die Anzahl, wie viele Male am Tag du zwingst am Tag, obwohl du selber gar nichts weißt. Allah sieht, wo du hinguckst. Manchmal versuchen wir zusammen zu gehen. Zwei Brüder oder zwei unterwegs, subhanahu wa ta'ala. Du siehst, der eine beobachtet den Bruder, ob er ihn sieht oder ihn anguckt. Und dann guckt er heimlich, er will er Richtung Frauen. Aber er vergisst, dass jemand da ist, der diese Blicke sieht. Und das ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen bessere Diener sein, biiznillahi, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt. Der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, er ist der Allah-Bahmer und Barmherzige, subhanahu wa ta'ala. Die Vollkommenheit seines Wissens, jalla fiyaulah. Wenn das Wissen der Menschen, die Auffassungsgabe der Leute und die Kenntnisse der Geschöpfe ein Geschenk und eine Gabe Allahs ist, wie ist dann das Wissen von Allah, dem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala? Wenn diese Gaben, Fähigkeiten, Intelligenz und Klugheiten zu seiner Schöpfung und seiner Versorgung gehören, wie ist dann der, der all das gegeben hat, subhanahu wa ta'ala? Sein Wissen ist das, welches Geheimnisse und das Gewissen durchschaut. Er kennt die betrügerischen Augen und das, was seine Geschöpfe in sich verbergen. Er durchschaut die geheime Zwiesprache, weil er die Geheimnisse und das noch verborgen erkennt. Egal wer oder was man flüstert oder murmelt in einer vertraulichen Unterhaltung, der Wachen der Beobachter, subhanahu wa ta'ala, hört und sieht es. Allah weiß das Wohlbewahrte im Inneren der Geschöpfe, bevor die Lippen es aussprechen und bevor die Stifte es in Reihen niedersprechen. Allah weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Allah spricht im Koran, siehst du nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre, subhanahu wa ta'ala. Und keines zwischen Fünfen, ohne dass er ihr Sechster wäre. Und auch nicht weniger oder mehr als diese Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre. Wo immer sie sein mögen, hier auf gut er ihnen am Tag der Auferstehung kommt, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Und Allah spricht, subhanahu wa ta'ala, und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Und Allah spricht, auf ihn allein ist das Wissen, um die Stunde zurückzuführen. Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen hervor und kein weibliches Wesen empfängt oder gebärt es seitdem mit seinem Wissen, subhanahu wa ta'ala. Jaum al-Qiyama, am Tag der Auferstehung, wir werden alle kommen vor Allah. Viele werden leugnen das, was sie getan haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, jaum al-Qiyama, am Tag der Auferstehung, wird jeden von uns erinnern an die Taten, die er gemacht hat im bisherigen Leben. Wir haben viele Sünden gemacht. Wir haben viele Sachen gemacht. Viele kleine Sünden und große Sünden. Es gibt aber ganz kleine Sünden, die wir denken, dass sie klein sind, aber die sind gewaltig bei Allah, subhanahu wa ta'ala, die sind ungeheuerlich bei Allah. Denn je kleiner für uns erscheint die Sünde, desto gewaltiger sie ist bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Jaum al-Qiyama, es leugnen. Allah sagt, abdi, erinnerst du dich an den Tag, du hast da gesessen, in dieser Stunde, in diesem Jahr, in diesem Monat, in dieser Ecke hast du gesessen und hast dich versteckt vor allen Menschen? Du hast das und das und das getan, abdi. Erinnerst du dich? Allah sagt, wa inna lahu zhikra. Das heißt, der Mensch, jaum al-Qiyama, bleibt sich erinnern. An alles, was er gemacht hat. Allah wird sagen, abdi, hier ist dein Buch, lies. Ala mahalin, ikra' kitabaka abdi ala mahalin. Lies dein Buch in Ruha, abdi. Du hast Zeit, lies einfach. Und dann wirst du lesen und du findest jede Kleinigkeit, jede Kleinigkeit, jeder Blick, jedes Zwinken mit den Augen, subhanallah, jede Bewegung, ein Lächeln und ein Grinsen stehen drin. Du wirst sagen, subhanallah, dieses Buch verpasst dir nichts, dieses Buch vernachlässigt dir nichts. Warum? Und auch wenn das Buch nicht gegeben hätte. Und auch wenn die Engel, die Wächter hier, die zwei Wächterrechte nicht anwesend sind. Glaubt ihr, Allah sieht nicht? Denn Allah ist der erste Zeuge, jaum al-Qiyama, subhanahu wa ta'ala. Was passiert, jaum al-Qiyama, du kommst, du stehst vor Allah und du hast so viel Haram gemacht. Du hast an so viel Haram gedacht. Du hast dir so viel Verbotnis gewünscht. Du hast so viel Verbotnis gehört und gesehen. Und du bist so viel Verbotnis gegangen, a'udu billah, mit deinen Füßen, subhanallah. Jaum al-Qiyama, Allah lässt deine Glieder sprechen. Du bist nie allein, du hast Wächter. Und der erste Beobachter, subhanahu wa ta'ala, der erste Wächter ist Allah, jalla fi'u'llah. Dein Verstand wird sagen, Allah lässt deine Glieder alle sprechen. Dein Verstand wird sprechen, sagt, ja Allah, ich habe mir verbotene Dinge gedünscht, ja Allah. Deine Ohren werden reden. Sag, ja Allah, wer hat sie zum Reden gebracht? Der Schöpfer, der Allmächtige, jalla fi'u'llah. Die Ohren sagen, ja Allah, wir haben vieles Verbotnis gehört. Du hast, ja Allah, Haram, diese Musik verboten, aber wir haben sie trotzdem gehört. Aber dein Mund ist zu. Du kannst nicht reden, du kannst nicht leugnen jetzt. Dein eigener Körper ist Zeuge gegen dich. Deine Hände sagen, ja Allah, wir haben viel geklaut, viel Verbotnis angepackt und angefasst. Deine Füße sagen, ja Allah, wir sind so oft zu Haram gegangen. Ja Allah, dein Herz wird sagen, ja Allah, ich habe mir so viel verboten, es ist gewünscht, ja Allah. Und jeder einzige Glied wird sprechen, ja um die Ohren, wenn man Zeuge gegen dich ist. Das heißt, du bist nie allein. Dann Allah sagt, subhanahu wa, die Engel, die zwei Engel sagen, ja Allah, und wir waren anwesend gewesen, als er diese Fahne gemacht hat. Wir waren da, wir haben alles aufgeschrieben, ja Allah. Allah sagt, aber ich genüge alles Zeuge, denn ich habe alles, alles Erste gesehen. Und dann Allah hat gesehen, bevor du die Sünde gemacht hast, bevor du an diese Sünde gedacht hast, Allah weiß, dass du sie tun wirst. Allah weiß, dass du sie tun wirst. Dann denk, bevor du eine Sünde begehst. Allah weiß das, was ich vorhabe. Ein wahrer Mu'mant schämt sich für Allah. Nicht vor den Menschen alleine, sondern er schämt sich für Allah, denn Allah beobachtet das Innere. Er sieht, jetzt geht beispielsweise, audubillah, ich stehe vor einer Frau und ich rede über Allah, also dann gehe ich raus, subhanahu wa, die schöne Frau in der Ecke irgendwo allein. Und wenn das Innere spricht mit mir, audubillah, direkt hinzugehen, sie anzumachen, mit ihr Unzug zu begehen, ich werde es für kein Bruder hier tun, audubillah. Aber wir sind verpflichtet, das für Allah, subhanahu wa, das nicht so, uns zu schämen, dass wir so denken. Deswegen ist es wichtig im Islam, dass man an seinem Innere arbeitet. Mehr als das Äußere. Mehr. Denn das ist, wonach Allah uns fragen wird. Inna allaha la yamduru ila suharikum, wala ila ajsaadikum, wala ila amwalikum, innama yamduru ila kulubikum wa a'malikum, au kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Was heißt das? Allah achtet nicht auf unsere Äußerung. Allah achtet nicht auf unsere Körper, wie wir aussehen, wie breit wir sind, wie dünn, wie schmal, wie kräftig wir sind. Nein. Allah achtet nicht, wie hübsch wir sind. Allah achtet nicht, wie viel wir im Konto haben. Allah achtet aber darauf, subhanahu wa ta'ala, wie unsere Herzen sind. Allah achtet, subhanahu wa ta'ala, auf unsere Taten, auf unsere rechtsschaffenden Werken, auf unsere schlechte Taten. Darauf achtet Allah. In dem Hadith auf unsere Herzen. Sahaba, radiyallahu anhum, sie hatten die Gewissheit, dass Allah das Innere sieht. Das ist das Wichtigste, was Allah von unseren Taten, subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen zu verbessern, unsere Inneren zu verbessern. Denn das ist zwischen mir und Allah. Keiner sieht es. Außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Sahaba waren stark, waren bereit, sie haben geopfert, sie haben geblutet, sie haben geschwitzt, damit alles andere in ihren Herzen rausgekommen ist, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah war Nummer eins für Sahaba. Allah, das ist Wichtigste. Und das war genauso in deren Herzen drin. Wir haben nicht nur mit der Zunge gesagt, wir lieben Allah und seinen Gesandten. Sondern Allah hat gesehen, subhanahu wa ta'ala, dass diese Menschen wahrhaftig sind. Wir haben wahrhaftige Eigenschaften, ehrliche Eigenschaften, reine Eigenschaften, alle Eigenschaften, die Allah liebt, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie haben an deren Herzen gearbeitet. Warum? Weil der Ulema sagt, Das ist die wichtigste Stelle, wo Allah ihn sieht. Dein Herz. Das ist das Wichtigste. Worauf wir achten? Unsere Innere. Wir, Rabbi Ibn Husayn, kamen zwei Gelehrten zu ihm. Wir haben ihn gefragt. Wir haben ihn gefragt um einen Rat. Er hat viele Ratschläge gegeben. Eins davon, bevor einer gegangen ist, er sagt, Das heißt, die Einsamkeit. Die Einsamkeit der Einsamkeit. Was meint er? Achte darauf in Einsamkeit, wenn du alleine bist. Fürchte Allah, wenn du alleine bist. Das ist das Wichtigste. Denn die Menschen kennen von dir nur das Äußere. Und Allah kennt von dir das, was du unheimlich für dich behältst in der Einsamkeit. Also schäm dich vor Allah. Bewahre dich. Nimm dich in Acht vor Allah. Wenn in der Einsamkeit erkennen wir, ob wir wahre Gläubige sind oder Lüge sind. Wir sind Allah, subhanahu wa ta'ala, verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Kern in den Finsternissen der Erde. Und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch wäre. Die Schätze des Verborgenen sind fünf. Ma Fatih al-Ghayb, Khamz. Keiner kennt sie außer Allah. Keiner kennt sie außer Allah. Die Stunde, der Regen, das, was dich im Mutterleib befindet. Das, was die Menschen morgen erwerben werden. Und wo die Segen sterben werden. Keiner kennt diese fünf Sachen außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Jau mal Qiyamah, niemand weiß, wann er stattfindet. Sogar Jibril, alayhi salam, als Rasulullah, sallallahu wa sallam, als Sahaba saß. Und alle haben den Propheten Muhammad, sallallahu wa sallam, umsingelt. Und saßen in einer Nähe von dem Propheten. Kam ein Mann, der ein sehr weißer Klamotten anhatte. Und man hat die Spuren von einer Reise gar nicht gesehen. Sahaba hat nie davor gesehen. Da kam, man hat viele Fragen gestellt, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan. Wann ist Jau mal Qiyamah? Wann ist die Stunde? Das heißt, der, der gefragt wurde, hat nicht mehr Wissen über die Stunde, mehr als derjenige, wird er gefragt. Denn keiner weiß über dich. Kein Engel, kein nachstehender Engel, kein Prophet, kein Gesandter, kein Jinn, kein Mensch, kein Gelater hat das Wissen über die Stunde. Niemand hat das Wissen über die Stunde außer Allah, subhanahu wa ta'ala, jalla fi'u'la. Also alles ist geschlossen, sagt der Gelater, bis Allah es öffnet. Er verfügt über die Schlüssel der Herzen, der Verstände, der Absichten, der Versorgung, des Unterhalts, der Rechtleitung, des Wissens, des Reichstums und des Königreichs. Die Schlüssel der Schätze in dieser Universität hat Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, in seiner Hand, jalla fi'u'la. Ein Mann kam zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und sagte, also ungefähr sagt dieser Mann, meine Frau ist schwanger. Meine Frau ist schwanger. Sag mir, wann sie gebären wird. Dann sagte er, in unserem Land herrscht Dürre. Sag mir, wann es dort regnen wird. Ich weiß, wann ich geboren bin, so sag mir, wann ich sterben werde. Der Gesandter, Allah, sallallahu alaihi wa sallam, antwortete, antwortete nicht auf diese Fragen. Wer es nicht wusste, sallallahu alaihi wa sallam, bis Allah ihm diesen Vers offenbarte. Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird. Und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissen und allkundig, subhanahu wa ta'ala. Rasul salam konnte nicht antworten. Keiner von uns hier weiß, wann er sterben wird. Denn die Stunde von Jaum al-Qiyama und die Stunde des Todes, keiner kennt sie aus Allah. Niemand kennt sie aus Allah. Keiner von uns weiß, wann er, wann der Bruder oder die Schwester oder die Mutter, Vater sterben. Denn das ist etwas, was Allah verborgen gehalten hat. Sallallahu alaihi wa sallam, für sich selbst. Allah. Und dann kam diese Antwort. Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird. Und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissen und allkundig, subhanahu wa ta'ala. Im Mutterleib befindet... Was bedeutet das? Das weiß nur Allah, was im Mutterleib befindet. Heute werden viele sagen, du ist Ulkashal, wissen wir, Junge oder Mädchen. Jetzt kommt die Frage, insha'Allah. Im Mutterleib, was befindet sich im Mutterleib, sagt, nur Allah weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird. In vielen Ländern. Es ist so passiert, dass der Art, sagt ein Mädchen, und wir haben alles gekauft für das Mädchen, aber irgendwie kommt ein Junge raus. Weil die Entscheidung liegt in Allahs Hand. Man kann sich täuschen. Diese Geräte sind nicht hundertprozentig sicher. Und diese Entscheidung ist vorher bestimmt von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und sagt, niemand weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird, welche Hautfarbe und welche Augenfarbe es haben wird. Wie groß es sein wird, wie lang und auf welcher Weise es leben wird. Ob reich oder arm, ob glücklich oder unglücklich, ob gesund oder krank, ob es ledig bleibt oder heiraten wird. Ob es Kinder haben wird oder nicht. Ob es zu den Paradiesbewohnern gehören wird oder zu den Höllenbewohnern. All dies weiß Allah, bevor er ihn erschafft und er führt. Kein Arzt, kein Professor, keine Maschine. Egal welche, die ganzen Genies dieser Welt versuchen eine Maschine zu entwickeln. Und wir fragen, welche Hautfarbe hat dieser Junge? Welche Augenfarbe hat er? Welche größere wird er haben, wenn er auf diese Welt kommt? Ob er behindert sein wird oder nicht? Ob er gesund oder krank leben wird? Ob er arm oder reich sein wird? Wallahi, niemand kann noch diese Fragen beantworten. Ob er zu den glücklichen oder unglücklichen gehören wird. Unglückliche gemeinten zu den Höllenbewohnern. Glücklich heißt zu den Paradiesbewohnern. Ob der fromm Tugendhaft sein wird oder ein Häuser oder ein Friwler sein wird. Niemand kann auf diese Fragen antworten. Aber Allah weiß über all das Bescheid. Denn er hat all das bestimmt. Er hat all das geschrieben. Wenn er das nicht bestimmt hat, kann das nie geschehen. Also keiner weiß, was er morgen erwerben wird. Gutes oder Schlechtes. Niemand. Niemand weiß, ob er morgen krank sein wird. Niemand von uns, wenn er gleich schlafen geht, nachher schlafen geht, ob er gesund aufstehen kann. Ob er sich überhaupt noch bewegen kann. Ob eine Grippe von einem Virus angesteckt wird. Und wird krank und liegt im Bett, kann sich kaum bewegen. Und so was passiert. In vielen Leuten ist es so, dass man, subhanallah, die Schreibung krank und die Pharma macht Probleme. Dann hat er Probleme bei der Pharma und dann bekommt er sein Gehalt. Das heißt, man kann nicht wissen, was morgen geschieht. Niemand weiß, was morgen geschieht. Außer Allah, subhanahu wa ta'ala, was wir bekommen werden. Niemand weiß, wo er sterben wird. Ob es auf dem Land oder im Meer ist oder in der Luft. Wie viele Menschen sind im Flugzeug gestorben. Wie viele Menschen sind im Meer ertrinken. Wie viele Menschen legen sich auf dem Bett und versuchen, sich nur auszuholen. Aber sie stehen nicht mehr auf. Wie viele Menschen sind in Diskotheken gestorben. Wie viele Menschen sind in Komischen Orten gestorben. Da, wo Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahs Zorn herrscht auf vielen Menschen. Wie viele Menschen. Wie viele sterben in Orten, die Allah liebt. Denn niemand von uns weiß, wo er sterbt. Wann und wo er sterbt. Niemand. Außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah verfügt über das Wissen über die Gewichte der Berge und dem Inneren des Gerölls. Über die Weite und die Tiefe der Meere. Er kennt die Zahl der Blätter und der Regentropfen. Allah weiß, das, was ihr wisst, das, was ihr nicht wisst und das, was ihr nie wissen werdet. Allah weiß, das, was ihr wisst, das, was ihr nicht wisst und das, was ihr nie wissen werdet. Das, was er für sich bewahrt hat, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah sagt, Vom Wissen, ihr habt nur wenig bekommen. Wie viele Gelarten gibt es in dieser Welt. Wie viel gab es vom An von Adam, alaihi salam, bis Jau mal Qiyam. Alle Fähigkeiten dieser Menschheit. Alle zusammen. Alle das ganze Wissen von dieser Menschheit zusammen. All das ist wie ein Tropfen im Meer gegenüber das Wissen von Allah, subhanahu wa ta'ala. Gegenüber das Wissen, was Allah verborgen hat, jalla fi'u'la, im Jenseits. Denn das diesseitige Leben, alles, das ganze Universum, gegenüber das, was Allah erschaffen hat im Jenseits, ist wie ein Tropfen oder ein Kern in dieser Universum. Oder wie ein Tropfen im Ozean oder im sieben Ozean. Denn das hier, was wir sehen, ist nicht gegenüber das, was Allah, subhanahu wa ta'ala, in Kraft und Macht und ein bisschen verborgen hat. Bisschen wenig haben die Menschheit, ein bisschen. Ganz, ganz wenig. Sagt, egal in welchem Zustand sich der Diener Allahs befindet. Allah kennt ihn, ob am Tag oder in der Nacht, während seiner An- oder Abwesenheit. Allah kennt seine Geheimnisse und sein offenkundiges Verhalten. Allahs Wissen umfasst all seine Geschöpfe, dessen Gewissen, dessen Geheimnisse, Taten, ob klein oder groß, gut oder schlecht. Offenbare oder verborgene Taten. Dessen benehmen kann Allah, deren Worte, Gedanken, dessen Vergangenheit und deren Zukunft und deren Bleibe im Jenseits. Allah weiß über all das Bescheid, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah kennt den Mensch perfekt. Dies weiß Allah, bevor er sie erschuf, während sie lebten und nachdem sie verstorben sind. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, weiß, sein Wissen umfasst alles. Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Die Zukunft vom diesseitigen Leben und vom Jenseits. Allah weiß, was war. Das ist ein sehr schöner Wort. Allah weiß, was war. Was ist im Gegenwart. Und das, was sein wird, in Zukunft. Das, was nicht ist, wie es war und sein wird, wenn es wäre. Das sind Worte, die das Herz bewegen. Das sind bewegende Worte über den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sage ich, wir müssen uns bemühen, anstrengen, unsere Wissen stärken über unseren Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Denn es gibt, wallahi, kein Genuss im Herzen, wie das Bewusstsein über Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn das Wissen sich vermehrt über Allah, dann sind wir näher zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen uns stärken. Wir müssen uns gewinnen an, sagen wir uns an Entschärungen zu uns in Allah, subhanahu wa ta'ala. Immer fassuken sich, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Denn das ist der Sinn des Lebens. Allah sagt, ja, im Koran. Wamaa khalaktul jinn wal-insa illa liya'abudun. Illa liya'abudun istifna. Allah sagt, ich habe die jinn. Un menschen aschaffen. Nua, Nua. Ja, einsig abrun, Nua. Ummiya Tzudinin. Ibn Abbas macht Tafsir. Zat, jya'abudun, ayni, jya'arifun. Wamaa khalaktul jinn al-insa illa liya'abudun, ayni, jya'arifun. Wamaa jya'arifun. Damit sie erkennen. Was sollen die Menschheit heute erkennen? Was müssen sie erkennen? Allah. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Denn das, der Hauptziel dieses Lebens ist, dass wir Allah kennenlernen, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen Allah erkennen, ihn erkennen, ihn kennen, subhanahu wa ta'ala. Denn wenn wir Allah kennen, dann wissen wir zuvor, wem wir stehen im Gebet. Wem dienen wir, wem beten wir an. Aber solange wir wissen nicht, wer Allah ist, solange nicht wissen, wer Allah ist, solange unser Wissen schwach ist über Allah, subhanahu wa ta'ala, aber unser Wissen ist so stark über alles andere auf dieser Welt. Manche haben so viel Wissen über Autos, über Technik, über Raketen, über Flugzeuge, über Mathematik, Biologie. Mach schon Allah eins. Aber fragen, wer ist Allah? Er weiß nicht, wer Allah ist. Er weiß nicht, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Er kennt seinen Schöpfer gar nicht. Wie willst du denn ihm dienen, subhanahu wa ta'ala? Wie willst du ihn fürchten? Willst du Allah lieben? Lese über die Eigenschaften von Allah. Der All-Baamherziger. Der All-Baam, subhanahu wa ta'ala. Der All-Verzeihliche, Jalla Fi'ula. Der die Sünden vergibt, der die Sünden verzeiht. Lese über seine Eigenschaften. Denn wenn du liest über diese Eigenschaften der Gnade und der Barmherzigkeit, wächst deine Liebe gegenüber Allah. Dann wächst die Hoffnung mit deinem Herzen für Allah gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala. Willst du Allah fürchten? Willst du Allah amt haben für Allah, subhanahu wa ta'ala, wie du die Menschen heute fürchtest, wenigstens. Wir müssen manchmal sagen, Allah mehr fürchten als die Menschen. Aber wir fürchten die Menschen mehr als Allah. Wen ist es so viel fürcht? Denn wir haben in Herzen vor den Menschen, vor Allah amt haben. Aber wann? Waire die Menschen gloryst, der ihnen saints. Allahs beiblebenin, je zuerst, Allahjeuim Dayahrrad. Mein Herr Bryan, der essere Kindes. Wo ist dein hub des Lockes? Wo ist dein Michelin? Mein Herr Be termdet, von der Michaelaan? Er 비디오 Daihah und der Rüftion. Ich bin der Unbewegbar. Ich bin der Unbewegbar. Wo sind die Tuganen von dieses Unterhalt der Tod Hand. Wo sind die König und die Hase von dieser Unterhalt. ihr Leben. Sollen sie heute ihre Macht zeigen? Wallahi, niemand spricht ja um Akki. Die Engel zittern vor Allah. Jibril, a.s. Der Besitz Multikräfte, a.s. Rasulullah, a.s. hat gesagt, als Jibril das erste Mal erschienen ist, im Engel von, sagt er, hat den ganzen Horizont zugedeckt. 600 Flügel. In dieser Nacht von Israel und Ma'raj, dieser Nachtreise, sagt Rasulullah, a.s. r.a.ytu Jibril kalchale silbani min khashyatillahi, subhanahu wa ta'ala. Iza Jibril wie ein Tuch, der man auf dem Boden liegt vor Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Zaten hab ich begreifen und verstanden wie viel Bissen hat Jibril über Allah, subhanahu wa ta'ala. Kuck mal diese Aussage, auf Nassalim. Das je mehr Bissen hab mir über Allahs, macht Allahs Ahab na, jalla fi'ula, desto mehr Furchten wie Allah, desto mehr Liebe wie Allah, desto mehr Dien wie Allah, subhanahu wa ta'ala. Und dann bemühen wir uns, ihn zu treffen, jau mal Qiyamah. Denn der Mu'men liebt das Treffen mit Allah, aber wenn du ihn nicht kennst, wie willst du ihn treffen, jau mal Qiyamah. Du hast gar keinen Wunsch, ihn zu treffen. Mit welchem Gesicht willst du Allah treffen? Kein Bewusstsein über Allah, nichts. Fragst du ihn über Auto, er weiß Bescheid. Allah hat nicht die Propheten gesandt, damit sie uns lehren, was Gold ist, oder was Silber ist, oder was Öl ist, oder Petrol, oder keine Ahnung, wie die alle heißen, nein. Allah hat die Propheten geschickt, damit sie uns warnen. Das Erste, damit wir unseren Schöpfer kennen, und ihn allein anbeten, subhanahu wa ta'ala. Ganz allein. Denn niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer den Schöpfer Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber was ist mit uns heute? Was ist mit uns? Wenn ein Polizist dich anhält, oder du fährst Auto, du bist schnell, du bist ein Polizistin von Weitem. Du bremst, Marsha Allah, und du bist diszipliniert, du fährst langsam, du strengst dann zu schwitzen. Du hast den Wert von diesem Polizisten erkannt. Du weißt, dieser Polizist kann dich bestrafen. Aber warum? Wenn Allah sagt, Abi begeht deine Unzünd, Abi trinkt keinen Alkohol, Abi, du sollst beten, du sollst deine Gebete nicht mehr nachlesen. Du sollst fasten, machst du nicht. Warum bremst du mich? Wenn du für eine Sünde stehst, warum bremst du nicht? Allah sieht dich auch. Und die Strafe Allah ist gewaltiger, ist schmerzhafter, ist unerträgliche Strafe, bei Al-Aiyadu wa Allah. Unglaubliche Strafe, gewaltige Strafe. Der Polizist, was macht, tagelt er ein bisschen, schreibt er auf, hier 50 Euro, 5 Euro, 15 Euro, keine Ahnung wie, und vielleicht abends schon mal für euch handeln. Das ist das Einzige, was er tut. Aber er kann dich nicht in die Hölle schmerzen. Aber Allah besitzt diese Strafe. Und besitzt diese, macht dich in die Hölle zu schmeißen. Bersadir, warum bremst du denn nicht? Weil du weißt, du hast eins von Polizisten, aber nicht von Allah. Denn du weißt, wer der Polizisten, du weißt nicht, wer Allah ist. Das ist die Lage der Umre. Allah sieht. Die Umre fürchtet die Menschen. Fürchtet die Kuffare, die Toten. Aber nicht Allah. Was für ein Sieg will die Umreißen? Was wollen wir heute? Wir haben Allah vergessen. Wir haben Allah vergessen. Wir behaupten, dass wir Allah nicht vergessen. Wir liegen in der Moschee, wir sitzen in der Moschee, beten, und wir sind unachsend, wir gehen über Allah. Achtet die Worte auf von Al-Hussein, Al-Ali bin Al-Hussein ibn Ali, radiyallahu anh. Als er beim Muzhu war, er wäschte sich beim Gebet, wird blass in seinem Gesicht. Die wird gesagt, was ist mit dir los? Was hast du? Warum bist du blass? Hast du Probleme? Hast du Dunja-Problem? Hat dich jemand gedroht? Hat man dir eine Strafe verpasst? Hast du Schulden? Hast du, was ist dein Frau? Hat deine Frau dich verpasst? Nein! Ihr wisst doch gar nicht, vor wem ich gleich stehen werde. Er geht zum Gebet, er wird sich vor Allah hinstellen. Sag, gleich befinde ich mich zwischen die Hände, Allah. Im Gebet. Er macht uns deutlich, wisst ihr nicht, vor wem ich gleich jetzt stehen werde? Wisst ihr das nicht? Das heißt, er weiß vor ihm nicht. Deswegen wird er blass im Gesicht. Wir werden blass, wenn wir vor einem Richter stehen. Wenn wir im Gericht stehen, wenn eine kleine Strafe kommt, aber wenn Allah droht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit droht, unsere Herzen sind tot. Unsere Herzen sind tot. Und dies genügt alle Strafe, dass unsere Herzen tot sind. Denn das tote Herz weiß nicht, wer einfach ist. Als erstes Wichtigste, was wir tun müssen, uns beschäftigen mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit seiner Schöpfung, mit dem, was er erschaffen hat, mit dem Zeichen. Wir sind nicht dafür da, um einfach blind daran vorbeizugehen. Nein! Wir müssen darüber sprechen, über seine Erhabenheit, seine Macht. Denn diese Himmel, die du siehst, diese Erde, die du siehst, diese Bäder, diese Füße, diese Meere, diese Menschheit, all diese Geschöpfe, sind unter der Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Und er beherrscht diese Menschen. Er beherrscht den ganzen Universum. Ohne Allah werden die sieben Himmler und Erdner auf uns gefallen. Die werden zerstört. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala müde wird, oder schläft, subhanahu wa ta'ala, was passiert? Er kennt die Geschichte von Musa im Tafsir ibn Kathir. Musa fragt, ja Allah, man sagt, Musa kam al-Jari'i. Jari'i heißt, er wagte sich Allah subhanahu wa ta'ala, solche Fragen zu stellen. Er sagt, ja Rabbi, schläfst du? Wärst du müde? Allah sagt zu den Engeln, gib Musa zwei Flaschen. Musa bekommt zwei Flaschen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, er soll sich die ganze Zeit wach bleiben, stehen und wach bleiben und diese zwei Flaschen, jede Flasche in seine Hand nehmen und versuchen nicht zu schlafen. Musa hat versucht, aber Allah hat geschrieben, das ist ein Gesetz von Allah, den man nicht besiegen kann. Man muss schlafen. Wir sind Menschen. Wir sind nicht vollkommen. Der einzige vollkommene ist Allah. Der einzige, der vollkommene Eigenschaften hat und Handlungen hat, ist Allah. Wir sind Menschen. Wir sind schwach. Wir benötigen seine Hilfe. Wir brauchen Schlaf. Wir brauchen Essen. Wir brauchen, wir werden müde. Wir werden krank. Wir werden hungrig. Wir haben Durst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Er braucht von dem nichts. Subhanahu wa ta'ala. Ist er vollkommen. Musa bleibt mächtelang wach, 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 wach. Dann beginnt er, diese Schlummer zu bekommen. Schlummer heißt er. Händen her, wackeln. Und wacht er wieder auf. Die Augen gehen wieder auf. Achtet er drauf, die Flaschen. Kurz bevor, also es war kurz, bevor die Flaschen kaputt gehen, wacht er wieder auf. Mehrmals. Und subhanallah, Musa schläft ein, dann schlägt er die zwei Flaschen aufeinander, sie sind kaputt gegangen. Dann sagt er Musa, ich schraube. Allah sagt zu den Engeln, Allah sagt zu ihm, ja Musa, wenn ich schlafe, und da bin ich müde, oder mich trifft ein Schlummer, sagt Allah, das genau so geschieht mit dem ganzen Universum. So wird das Universum kaputt gehen. Denn Allah sagt im Koran, Allah hält diesen Himmel fest. Allah, diese ganzen Planeten, wir sehen einen Befehl von Allah, sonst sind wir alle verloren. Wir müssen unsere Schöpfe kennenlernen, subhanallah. Wir müssen uns bewegen, bemühen, gegenseitig ansteigen, sprechen. Je erhabener Allah in unserem Herzen ist, desto kleiner werden die Geschöpfe in unserem Herzen. Wallahi, kleiner, alle diese Makhlukat, die ihr seht. Heute spricht zum Beispiel in Khutbas, Amerika, 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 Wallahi, Wallahi, Allah sagt, subhanallah, die Ahabin hat gehört Allah, die Majestät gehört Allah, die Allmachtigkeit gehört Allah, dem einzigen Jelle, sagt, wenn irgendein Geschöpfer auf dieser Erde versucht, teilbar anzuhaben mit mir, sagt Allah, ich werde ihn vernichten und ich mag es gar nicht. Ich achte gar nicht drauf. Farahun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad waren größer wie Berge. Sie haben in Bergen im Stehen gebaut, als Allah sie bedroht hat, sie zu vernichten, sagt, ach, diese Überschwemmung vom Nuh, diese Tufan vom Nuh, macht uns gar nichts. Denn Allah öffnet die Schätze vom Wind, so viel wie die Augen von Al-Mishti'ah. So viel hat Allah öffnet vom Schätze des Windes. Allah schickt immer weiter. Was passiert? Sie sahen aus nachher, Allah hat sie so gewirbelt in der Luft, dass sie ohne Köpfe nach ihr lag. Allah hat sie vernichtet, Allah hat sie zerstört. Er hat sie hochgehoben und gegen die Babi beschlagen. Dass sie nachher wie die Palmen ausgesehen haben, diese Palmen, die ohne die Blätter oben. Wenn du die Palmen ganz ans Blatt wegmachst, so sahen die auch, die Köpfe waren, sie sind gerollt. Niemand kann Allah besiegen. Niemand kann Allah hindern, jemanden zu vernichten. Denn ein einziger Befehl, und das genügt das, was wir gesehen haben in Indonesien, genügt das, was wir heute mit eigenen Augen sehen, ein Zeichen für die Menschheit, aber keiner nimmt das wahrstuhl. Keiner versagt Allah, keiner kehrt zurück. Die Herzen sind immer noch tot, die Herzen schlafen immer noch. Diese New 1, das hat Allah damit gemacht. Habt ihr gesehen? Allah lässt uns sogar durch diese Mittel, die er zur Verfügung stellt, sehen, was passiert. Lies den Koran und vergleiche mit dem, was du siehst. Warum hat Allah sie vernichtet? Könnten sie etwas ändern? Mit deren Raketen, mit deren Flugzeuge, mit deren Panzer und alles, können sie das aufhalten? Nie im Leben. Allah zeigt, wie schwach sie sind. Allah zeigt, schick nur ein bisschen Wind. Aber Allah könnte vielleicht diesen Wind mit einer Stärke von 500 Kilometer schicken. aber Allah zeigt sich, war er nur 200 Kilometer genügend, 180 Kilometer, zerstört. Allah bewegt das Meer mit einem Befehl, fertig, aus, die ganze Stadt ist ertrinkt. Ende aus. Ob das nie existiert hat, wie viele Städte, als Allah, subhan's Befehl, beginnt in Indonesien, dass das Meer die Menschheit vernichtet, viele Inseln sind verschwunden, ob sie nie existiert haben. Wer kann Allah aufhalten? Dem muss man verursachen. Wallahi, den Einzigen, der man verursachen muss. Niemand anders aus Allah. Aber solange wir nicht Allah kennen, werden wir Allah niemals verursachen. Subhanahu wa ta'ala. Allah weiß, was war, was ist und das, was sein wird. Das, was nicht ist, wie es war und sein wird, wenn es wäre. Allah subhanahu wa ta'ala besitzt die uneingeschränkte, uneingeschränkte Wissen. Allah weiß alles, schreibt und bestimmte es. Anschließend geschieht es, wie Allah es wusste, es schrieb und bestimmte es. Sein Wissen umfasst alles, das Wissen der Geschöpfe, deren Taten und Geheimnisse, bevor er sie bestimmt und erschaffen hat. Das Blatt fällt mit seinem Wissen. Er weiß über das gegenseitige Flüstern Bescheid. Das Wort wird mit seinem Wissen ausgesprochen. Die Absicht wird mit seinem Wissen vorgenommen oder beschlossen. Der Tropfe, der Tropfen, die Tropfen oder ein Tropfer fällt mit seinem Wissen. Ein Schritt wird getan mit seinem Wissen. Die Wimpern werden mit seinem Wissen schlagen oder geschlagen. Es geschieht einfach nicht ohne sein Wissen, subhanahu wa ta'ala. Sein Wissen umfasst die Lebendigen, die Toten, das Harte, das Weiche, das Trockene, das Nahe, die Nässe, die Anwesenden, die Abwesenden, die Geheimnisse, das Offenkündige, das Offenbare und das Versteckte, er kennt die genaue Anzahl der Regentropfen und der Sandkörner dessen größeren Gewicht. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, bestimmt, jalla fi'ula, wie viele Tropfen vom Himmel fallen werden und wie viele Engel diese Tropfen auf diese Erde bringen. Denn in einem Hadith, das Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, bei jedem Regentropfen kommt ein Engel. Dieser Engel bringt diese Tropfen dahin, wo Allah will, subhanahu wa ta'ala. Allah hat bestimmt, dass diese Regentropfen dorthin fallen und Allah hat die Anzahl dieser Regentropfen bestimmt. Allah, sallallahu alaihi wa ta'ala. Denn er kennt alles, sallallahu alaihi wa ta'ala. Er kennt die genaue Anzahl der Bäume, dessen es der Blätter, sowie die Anzahl der Früchte. Allah sagt im Koran, und es gibt keinen Kern in der Finsternisse der Erde und nichts feucht ist und nichts trocken ist, das nicht in einem deutlichen Buch wäre. Niemand außer Allah weiß, wie groß dieser Kern ist in dieser Dunkelheit dieser Erde. Wenn wir einen Kern haben, wir stecken diesen Kern hinein. Dunkelheit, Finsternis, fertig, geschlossen. Keiner weiß, was da geschieht, außer Allah. Niemand weiß, wie groß dieser Kern sein wird. Niemand weiß, sallallahu alaihi wa ta'ala. Niemand außer Allah weiß, wie groß der Kern ist, wie groß der Baum sein wird, welcher aus diesen Kerne heranwachsen wird, welcher Durchmesser dessen Stamm haben wird, wie hoch die Anzahl der Blätter sein wird und wie viele davon auf den Boden fallen werden, wie viele Äste er haben wird und welche davon brechen werden, wie viele Früchte er tragen wird, welche davon verfaulen, welche davon auf den Boden fallen werden und wie viele davon auf dem Markt verkauft werden und welche von der Familie gegessen werden. Sein uneingeschränktes Wissen umfasst alles Existierende. Er besitzt die vollständige Einsicht in seine Geschöpfe. Nichts kann sich seinem Wissen entziehen. Nichts entzieht sich seiner Einsicht, sallallahu alaihi wa ta'ala. Nichts entflieht seiner Umfassung. Kein Abwesen bedeckt ihm seine Abwesenheit vor dem Wissen des Allmajestätes, sallallahu alaihi wa ta'ala. Kein sich Versteckender versteckt in seinem Versteck vor dem Erhaben. Kein kleinen winzigen Geschöpfe kann ihm seine Winzigkeit vor dem allumfassenden Kerner verbeilen. Egal wie klein du bist. Allah sieht, sallallahu alaihi wa ta'ala. In dieser Dunkelheit Allah sieht, wie diese Flüge, ihre Flüge streckt und wieder zurückzieht. Wer von uns kann das sehen? Tagesüber kann ich nicht sehen. Was sieht Allah noch in dieser Mücke? Die ganz kleine. Mit diesem Mikroskop muss man hineingucken und sehen. Allah sieht wie diese kleine, ganz kleine Mücke, Allah sieht wie viel Aad sie hat. Allah sieht wie diese Ernährung, das was sie isst, wenn es drin ist bei ihr, subhanallah. Allah sieht diese Ernährung, die ganz winzig ist. Allah sieht wie das reingeht und wie sie schnell in eine Flüssigkeit verwandeln, verteilt sich in ihren Atel. Damit sie sich ernähren können. Allah sieht es. Nur Allah. Wer kann das sehen? Inna allaha yara annamlatel as sawda fil laylatel zalma ales sakhratis samma. Allah sieht. Inna allaha yara da biban namlatel salma fil laylatel zalma ales sakhratis samma. Allah sieht in einer dunklen Nacht auf einem schwarzen Stein. Allah sieht die Schritte von dieser Ameise. Da ist alles dunkel, du siehst nichts, du kannst deine Hand manchmal nicht sehen. Aber Allah sieht wie diese Ameise ihre Beine bewegt, wie viele Schritte sie macht. Allah sieht es. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Kein klein günstiger Geschöpf kann ihm seine Wünsigkeit vor dem allumfassenden Kerner verbergen. Das Gewissen ist, wir reden über das Gewissen, das Gewissen ist etwas Verborgenes. Kein nahestehender Engel, kein Gesandter, kein nahestehender Diener, kein Gelehrter und kein Teufel kann dieses außer dem, der das Verborgene kennt. Allah subhanahu wa ta'ala. Also niemand kann in unseren Gewissen reinsehen. Egal ob das ein Prophet ist, ob das ein Diener ist, ob das ein Fromme ist, ein Tugendhafter ist, egal wer das ist, niemand kann das sehen, was wir innerlich verdagen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das Innere der Geschöpfe bewahrt Einfälle, Absichten und Vorsätze in sich, die keiner sehen oder hören kann. Jedoch nur Allah hat die Einsicht über das Verborgen. Die Nacht verhüllt alles und bedeckt den Himmel mit seiner Dunkelheit. Die Menschen murmeln, flüstern heimlich. Keiner kann sie hören. Keiner weiß über sie etwas Bescheid. Sie verstecken sich vor allen Menschen. Aber Allah, der allumfassende Kerner, sieht und hört sie. Khawla radiyallahu anha, klagte bei dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam über ihren Mann in einer Ecke des Hautes, wo Aisha radiyallahu anha sich direkt daneben befand. Trotzdem hörte sie nichts, aber Allah offenbaten im Koran. Gehört hat Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Garten schreiten und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss Allah ist allhörend und allsehend. Aisha war direkt daneben. Zwischen ihr und diesem Raum, wo Rasulullah aus ihm spricht, nur einen dünnen Schlag. Und sie versucht zu hören, Aisha radiyallahu alaihi wa sallam, aber sie hat nichts gehört. Aber wer da über sie im Himmel ist, der da über dem Thron ist, subhanahu wa ta'ala, offenbar zu Gott. Allah hat gehört, eure Wortwechsel. Allah hat gehört, wie die Frau klagt. Aber Aisha war direkt daneben, konnte dies nicht hören. Der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und guckt auf seine Hand. Sein Spuch ist gesegnet, aleyhi wa sallam. Dann die Sahabe guckt, sagt, Allah sagt zu seinem Fingern und sagt, Allah sagt zu Sohn Adam, O Sohn Adam, ich hab dich von sowas ähnlichem erschaffen. Nicht von einer Flüssigkeit, wie wenn wir unsere Hose haben oder Klamotten haben, wir tragen diese Hose gar nicht mehr. Wenn es auf dem Boden liegt, ein bisschen Wind kommt, stinkt es, von sowas ähnlichem hat Allah dies erschaffen. Und sagt Allah, von sowas ähnlichem habe ich dich erschaffen. Du glaubst, du kannst mich hindern, etwas zu tun? Du glaubst, du kannst mich unfähig machen, Sohn Adam? Allahu Akbar. Allah hat ta'hadda al-ibad. Jalla fi Allah. Wer kann was sagen jetzt? Von sowas ähnlichem bist du hier. Du bist hochmütig, reich, königreich, keine Ahnung, was du hast? Du bist trotzdem so klein. Du kannst nie Allah hindern, subhanahu wa ta'l. Er ist unbesiegbar. Wenn Allah was will, kann es kein Ende. Wenn Allah nicht will, kann keiner es tun. Niemals. Dann der Rasul sagt, von diesem Platz, von dieser Erde, bis Anfang, erster Himmel, 500 Jahre. Eine Reise von 500 Jahren. Und sagt, und der Durchmesser von erster Himmel ist 500 Jahre. Und sagt dann, von erster Himmel bis der zweite Himmel ist eine Reise von 500 Jahren. Und der Durchmesser von der zweiten Himmel 500 Jahre. Und dann hat er erwähnt, sieben Himmel übernander. Jeder Himmel ist entfernt von den anderen 500 Jahren. Durchmesser 500 Jahre, sagt der Rasul. Und dann sagt der Rasul. Und dann über diese sieben Himmel gibt es diese Mahrul Haywan, der Fluss des Lebens. Sagt dieser Fluss, von sieben Himmel bis dieser Fluss, 500 Jahre. Und dann von diesem Fluss bis zum Thronschämel von Allah, subhanahu wa ta'ala, 500 Jahre entfernt. Und von diesem Thronschämel bis zum Thron von Allah, subhanahu wa ta'ala, eine Reise von 500 Jahren. Und Allah hat sich erhoben auf dem Thron, subhanahu wa ta'ala. Und was sagt der Rasul. Und Allah weiß, was ihr auf dieser Erde tut. Diese ganze Reise so weit, so entfernt und sagt der Rasul. Und Allah weiß, was ihr auf dieser Erde tut. Es ist egal, wie weit es ist. Allah ist mit euch, egal, wo ihr seid. Er sieht euch. Er hört euch. Viele denken, wenn wir alle sprechen, es stört Allah. Niemals. Ich kann euch ein Beispiel geben. Unterschied zwischen das, was wir hören und das, was Allah hat. Wenn ich jetzt fünf Leute von mir habe und vielleicht die gleiche, Sprache sprechen und eine Sache spreche, sage ich verschiedene Sachen, dann hätte ich Probleme, damit alle zuzuhören. Dann hätte ich damit Probleme, alles zu erkennen oder zuzuhören, was sie gesagt haben. Dann würde ich sagen, bitte jeder Einzelne soll sprechen. Wir haben Probleme. Was ist, wenn sie mit verschiedenen Sprachen sprechen und verschiedene Wünsche haben? Dann habe ich noch mehr Probleme als Menschen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat weiß seine Erhabenheit. Wenn die ganze Menschheit von Adam alaihi salam bis zum letzten Menschen existieren wird. Und die Jinn noch dazu. An einer Ebene sich treffen und wisst ihr, wie viele Sprachen es gibt? Mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Akzen und verschiedenen Wünschen. Und jeder wünscht, bis seine Wünsche zu Ende gehen. Erstens alle Stimmen gehen hoch zu Allah. Keine einzige Stimme lenkt Allah ab von der anderen Stimme. Alle Stimmen hört Allah gleich. Wie eine Stimme kommt es bei Allah an, subhanahu wa ta'ala. Das ist sein, er hört alles, sein Hör, wie sagt man das so, sein, sein, sein Hörvermögen umfasst alles und erledigt alle deren Sachen gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Und keine Sache hindert Allah, das andere gleichzeitig zu erledigen. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah erledigt alle deren Sachen, alle ihre Wünsche, bis sie zu Ende sind und nichts von seinem Königreich, von seinem Reich von seinem Bild. Nichts. Allah, subhanahu wa ta'ala. Verdient das nicht dieser Rabb, dass er ihn kennenler? Verdient er es nicht, subhanahu wa ta'ala. Er verdient es. Israfil, alayhisselam, der, der in die Posa blasen wird, Israfil, Israfil. Jibril sagt zu Rasul salam, Israfil ist so groß, dass sein Nacken ist unter dem Thron von Allah, subhanahu wa ta'ala. Seine Füße sind tiefer als die Erde 500 Jahre. Die sieben Himmel kommen bis zum Knief Israfil, alayhisselam. Israfil, alayhisselam. So groß, sagt, aber er ist wie ein kleiner Vogel vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Sagt, wenn er weint vor Allah, wie ein Schäyf, Al-Jalat al-Auza'i, sagt in Buchen, bin Al-Qayyim, rahimahullah. Dieser Auza'i, sagt, ein Tabii, sagt, Israfil weint jeden Tag so viel wie drei Meere. Aus Angst vor Allah. Angst. Zittern vor Allah. Furcht vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Ein Engel, der keine Sünde gemacht hat. Warum? Weil er die Erhabenheit Allah kennt. Weil er das Bewusstsein hat über Allah, Es gibt, stellt euch vor, es gibt Engel auf dieser Universum, die Allah, subhanahu wa ta'ala, erschaffen hat. Jalla fi'ulah. Er hat sie erschaffen, subhanahu wa ta'ala, seitdem er das diesseitige Leben erschaffen hat. Die befinden sich im Niederwaffen. Und die dürfen die Köpfe nur aufheben, nur an dem Tag, wenn sie Allah sehen. Am Tag der Auferstehung. Andere sind in einer Reihe, bis zum Tag der Auferstehung, dürfen sich nicht bewegen. Manche in Vorbeugung bis Jawm al-Qiyam. Manche weinen bis Jawm al-Qiyam. Manche lobpreisen Allah bis zum Tag der Auferstehung, ohne müde zu bleiben. Manche umkreisen den Thron von Allah und manche umkreisen Allah wie Bienen, ununterbrochen, kein Essen, kein Trinken, kein Schlaf. Fa'idha ka'ana yawm al-Qiyam, fa'kajalla lahum Rabbu subhanahu wa ta'ala, fa'yanduruna yaghefa yaqulu, subhanaka rabbana, ma'abadna ka haqqa ibadet. Subhanaka rabbana, subhanaka rabbana, ma'abadna ka haqqa ibadet. Ungefähr gepräsen, sagst du, Allah, wir haben dich nie richtig angebetet, Allah. So viele Jahre im Sajud, im Niederwärten, weinen, ja Allah, subhanak, wir haben dich nie angebetet. Im Hadith, inna Allah, la yanaam, wala yanbagi lehu an yanaam, yakhfidhu lkistah, waw yarfa'u, yarfa'u, lehu, wa amal annahar, kabla amal illayn, wa amal annahar, kabla amal annahar, hijabuhu nyor, hijabuhu nyor, law rafaa'u, la achra'qat subuhatu wajihi, man tahaylaihi bazaruhu, man khalqi subhanahu wa ta'ala. Ich fahzo, wain taalda, von subhanahu wa ta'ala, das Letzte sagt, hijabuhu nyor, seine Schleier sind aus Licht. law rafaa'a, law rafaa'a Allah, ban Allah, diese Schleier aus Licht von seinem Gesicht hoch erheben, wird subhanahu wa ta'ala, la achra'qat subuhatu wajihi, man tahaylai bazaruhu man khalqi, dann werden diese Wellen aus Licht aus seinem Gesicht rauskommen, sie werden alle Geschöpfe, alles was er erschaffen hat, verbrennen, das heißt vom Thron bis zum klemsten Lebewesen werden verbrannt. so viel Licht, so viel Nur, so viel Schönheit, er besitzt die vollkommende Schönheit, die vollkommende Macht, die absolute Schönheit, subhanahu wa ta'ala. Allah in Allah, jameeru, min khabbu al-jamal, Allah ist schön, liebt das Schönes, subhanahu wa ta'ala. Jau mal Qiyamah, das beste, der beste Genuss, sagt Ibn al-Qayyim, im Jannah, sagt Wallahi, wenn sie alles bekommen, was im Paradies ist, aber sie dürfen Allah nicht sehen, dann könnten sie niemals diesen Genuss haben im Jannah, sie können nichts genießen, es gibt keine Wunder, kein Glück für die Menschen im Paradies, der einzige Genuss, der die Menschheit ablenkt, vom Genuss des Paradieses, ist das Gesicht Allah, subhanahu wa ta'ala, zu sehen. Alle haben einen Wunsch, jau mal Qiyamah, im Jannah, ja Allah, dein Gesicht wollen wir sehen, Sehnsucht ist da, neun Jahre, die wollen, wissen wir, haben wir angebetet, subhanahu wa ta'ala, es gibt die Shuhada, die sind zerstückelt, wie sabirillah, haben alles verloren für Allah, jau mal Qiyamah, wenn Allah erscheint, sagt Allah,